Mit der 3 Philipp Zech, mit der Nummer 8 Daniel Folger, mit der 12 Niki Kainz, mit der 15 Joe Wagener und mit der Nummer 21 Manu Wenzel. Geleitet wird die heutige Partie vom Schussrichter Lukas Schürzig und seinen Assistenten Lukas Ehrlich und Hans Kescher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020